Und damit herzlich Willkommen wieder zurück bei Resident Evil 5, äh, 6! Es ist schon zu viel Resident Evil, mit Zombie hat er natürlich wieder, diesmal muss er keine komische Dame, die halbnackt auf ihm ist, tragen, weil er nur huuuh machen kann, sondern jetzt können wir zusammen gucken, dass er bewaffnet auch wieder mitkämpft. Ähm, die letzte Aufnahme ist jetzt wieder zwei Wochen oder so gefühlt her, wir haben die Steuerung wieder vergessen, alles super, also so wie wir eigentlich immer standardmäßig gut vorbereitet unsere Aufnahmen starten, ich würd sagen, können wir direkt weiter. Ich weiß noch, dass ich auf 1 mich heilen kann. Ich weiß, auf X kannst du nach hinten springen und dann kannst du dich da rumrollen und so. Keep rollin', 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 rollin'. Kommt man nicht nach vorne auch irgendwie? Ne, warte, das war seitlich gerade mit C, ähm. Leon! 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 Warte, du warte. Mach mal kurz, ich dran, warte. Ja, ich warte. Au! Warte, Inventar war eh. Kann man die nicht auch teilen, zufällig? So. Wir machen mit einer Taco Bell. Ja. Ja, gönn dir, gönn dir, gönn dir. Komm mit. Mit, mit, mit dem... Was machst du? Ich guck gerade meinem scheiß Inventar nach, wie man das nochmal bedient. Schneller, schneller. Junge, Alter, was ist das? Boss? Ne, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das Bild ist der perfekte Start und hätte mir von der Steuerung keine Ahnung bekommen können, direkt nur was wir kennen. Aber wir haben doch gerade einen Boss, das würde keinen Sinn machen. Ja. Ladebildschirm interessant. Jetzt Kapitel fertig, nein. Wir sitzen jetzt im selben Boot. Das macht uns wohl offiziell zu Partner. Wir sind halt vielleicht. Ist okay. Wir helfen, Simmons zu schnappen. Gehört das alles Simmons? Wer ist zu uns? Äh. Würde ich glatt behaupten, dass es so ist. Wir haben mega viel Ahnung von der Story auf jeden Fall. Ja, das hängt nur aufgrund der langen Pause. Das wäre ich sogar einigermaßen aus drin. Ey, Skillpoints, hier tausend Stück. Ne, zweitausend sogar. Geil. Quick-Termival, ich bin jetzt schon mal gut los hier. Ich bin dabei. Leide Schlange. Ey! Oh, die hat mir einen kompletten Balken gezogen. Ja, da unten ist sie. Ey, mit zwei können sich ducken. Stimmt. Ist sie getötet? Ne, jetzt ist sie. Die ist hier. Ne, ich hab sie ja auch grad schon gefüllt. Mir war sie hier halt. Super, das ist ein Schuss. Ich lieb gleich, jung. Ja, okay. Wahrscheinlich kannst du haben. Manche Aufgabe alleine weiter. Für die Leute, die sich fragen, wann wir wieder streamen. Hatten wir vor der Ordnung gesprochen. Wollen wir streamen oder aufnehmen? Genau, du sagst es schon. Irgendwann. Ist nicht so, dass wir keine Lust hätten. Ist einfach nur so, dass wir irgendwo... Du kannst die Schlange abkriegen. Ne, vielleicht ist jetzt ja auch wieder Skillpoints da drin, ne? Und da drin ist... Eine Waffe. Aha. Klapperschlager. Assault Rifle Air ein. Klapperschlager. Ne, es war einfach so, dass wir... Eigentlich... Was ist dein Problem? Ach, mit drei konnten wir nach vorne rollen. Ach, warte mal. Ich muss das anders dir, äh... Junge, renn, renn, renn. Ah! Hier hieß doch nix. Komm hier. Geht sie hierhin. Komm doch näher, oder nicht? Nö. Sprint. Sprint rutschen. Warte, ich versuch's jetzt. Ich mach einfach so. Oh, da kommt ein Viecher. Fliecher. Warum bleiben die Toten nicht einfach tot? Genau, warum bleiben die Toten nicht einfach tot? Hilfst du mir mal? Ich helf dir doch! Ich... Sieh's da, wie der sich bewegt? Ich hab ihn angeschlossen. Hilfst du mir? Hilfst du mir? Hilfst du mir mal? Warum kann ich aufstehen? Weil du so doof bist dafür? Weiß ich doch nicht. Der lebt noch, ne? Ja, komm greif mich an. Greif mich an, boll. Hehehe. Siehste, so geht das da. Dann kann man sich hier rumrollen. Los, bitte. Ride round baby, ride round. So. Hast du halt mein Status letztes gesehen? Mein Status letztes gesehen? Der ist jetzt nicht mehr da, ne? Aus. Schick ich dir gleich so. Ich glaube, ich... Eigentlich verpasse ich keine Stati... Statusse... äh... Starten. So gehst du da, ne? Es gibt mehr als eine leichte... Okay, da rollen wir auch durch. Da rollen wir nicht durch. Ich muss dir helfen. Wir müssen sie irgendwie umgehen. Wir müssen sie irgendwie umgehen. Ja. Heie! Hey, du... Ich stehe doch neben dir! Ich stehe doch neben dir! Hier! Heie! 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 Das ist mich hier alleine, ey! Weck mich doch noch am Skulli! Ja, komm, du rockst das! Was ist, wenn von hinten welche einstecken? Boah, ich kann doch voll auf den Arsch mal da gucken! Ja, ich... Ich sag geil! Aber du brauchst doch jetzt gar nicht mehr! Raus! Heie! So, jetzt geht's dir! Ich mein... Heie! Ich sag doch nur, wie es ist! So, warte mal! Heie! 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 Komm mal hier! Heie! Der farscht mich! Heie! Heie! Ich komm durch... Ich kann dich jetzt, die Wunsch, verbrennen! Ne, wieso, ich bin noch hier durch? Ich sag dich theoretisch! Theoretisch war ich aber schon an der Stelle vorbei! Der setzs praktisch nicht mehr hinbekommen! Steht etwas da auf der Tür. Bett! Von... Bankstand! Die verwandtschaft?! Team verwandtschaft!? Vermutlich. Und bestimmt sind wir so mies wie er. Aber was für Beweise sind gemeint. Moment mal. Dieser Ring von Ada. Ein Ring. Sie gab Ihnen einen Ring? Der ist das nicht gesehen. Simmons Family Ring. Wieso kriegen wir den jetzt erst? Oh, das eröffnet sich. Danke für das Geschenk, Ada. Von Ada haben wir schon viel mehr bekommen als... Oh, Zombie-Attacks. Können wir eigentlich das Feuer wieder anmachen? Ist der gerade da runtergefahren und besoffen? Ja. Geh zum Hebel, geh zum Hebel. Dreh den, dreh den, dreh den. Dreh schneller. Der hat Kettenbrust geraden. Dreh, 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 dreh. Ich dreh doch. Die kommen alle durch. Ich dreh. Ich dreh doch. Aber wir lassen sich davon nicht so sehr begeistern. Und was sind denn diese füten Muskeln? Ich helfe dir jetzt einfach so. Jetzt explodiert er einfach, oder? Ich habe mit Granate geworfen. Okay. 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 Der hat co-autet. Du hast gesehen? Ich bin der Kopf aufgefahren. Das ist. Du hast gesehen? Nimmst du? Ja, aber die sterben ja gar nicht. Ja, das gibt mir den Nahkampfangriffe einfach. Zack. Du hast gesehen, ich bin der Kopf aufgefahren. Toll. Hast du das gesehen? Ich habe nur ne Explosur gesehen. So, jetzt haben wir Zombie Attack Survived. Was passiert noch? Achtung, hier ist noch einer. Ich glaube, wir können weiter. Oh nein, ich bin gerade fest. Oh, ich verliere immer so viel Leben hier. Ich gehe jetzt einfach weiter. Da könnte ich jetzt sogar entdecken. Ah, Ends ist der De-Spawn im Tod. Ich helfe dir. Junge. Junge, was ist das für ein Spiel? Residive 6. Und die Viecher sterben nicht. Jetzt ist er echt tot. Der sieht ziemlich tot aus, nehme ich frage. Aber wir werden doch angehört. Von wem wird ich hier angekotzt? Von da hinten. Von der anderen Seite. Oh, die haben Helme auf. Da kannst du gerade nichts machen. Da musst du ja. 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 Du hast die letzte Kifferkumpel noch gesagt, das musst du jetzt ausspielen, auch wenn es trash ist. Ja, aber es regt mich trotzdem auf. So, jetzt können wir es öffnen, ja. Ja, nicht. Ach so, vereinte Kraft. Komm, ich stehe trotzdem neben. Ich muss aber sagen, wir haben hier, zumindest vom Level-Design her, coolere Level als in Residenz. Willst du fast zur Hölle badest! Jumanji- Boy? Ach, in dem allerersten Level von Residenz Eval 5, da war doch der komische Typ, der da mit seinem Lautsprecher die ganze Horde auf uns aufmerksam gemacht hat. Kommst du jetzt auf dem Jumanji- Boy? Wieso ist Jumanji? Wie hießen die doch mal? Jumanji ist der Film. Ja, ich weiß, aber so ähnlich war auch der Name von diesen komischen Zombies in der Version. Ich hab's vergessen. Deswegen sag ich Jumanji-Boy. Das ist jetzt eh jetzt Schlange. Nein, Emblem. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich wieder von der Schlange angriffen. Ja, du bist halt hier der Luck-Boy. Ich dachte, wir kennen jetzt gegen das Fischvieh. Das sah jetzt auch so aus. Na, vielleicht kommt's einfach jetzt von hinten und dann kommt der Horrormoment. Also, was ist denn hier los? Wow!